Marcel Proust, eine kleine Frage. Und wenn die Welt unterginge, was würden Sie tun? Ich glaube, das Leben würde uns plötzlich köstlich erscheinen, wenn wir bedroht wären, so zu sterben, wie Sie sagen. Stellen Sie sich nur vor, wie viele Pläne, Reisen, Lieben, Studien es unser Leben in aufgelöster Form enthält, unsichtbar für unsere Trägheit, die der Zukunft gewiss sie unablässig aufschiebt. Aber wenn all das Gefahr läuft, auf immer unmöglich zu sein, wie wird das wieder schön? Ach, wenn die Katastrophe nur dieses Mal nicht stattfindet, werden wir ganz bestimmt die neuen Säle im Louvre besuchen, uns Mademoiselle X zu Füßen werfen, Indien bereisen. Die Katastrophe findet nicht statt, wir tun nichts von all dem, denn wir fühlen uns wieder ins normale Leben versetzt, wo die Nachlässigkeit des Begehren abstumpft. Und dennoch sollten wir der Katastrophe nicht bedürfen, um heute das Leben zu lieben. Dazu würde der Gedanke genügen, dass wir Menschen sind und diesen Abend der Tod kommen kann.